Willkommen zum abschließenden Kapitel in diesem MOOC über ein HTML5-Feature, was in allen heutigen Mobilen wie Desktop-Browsern verfügbar ist. Web Storage. Wir wollen uns die Optionen anschauen, die Sie als App-Entwickler haben, Daten auch im Offline-Modus zu speichern. Das schauen wir uns konkret am Beispiel ASNOVA an, wie dort die Optionen für Session, Local Storage und WebDB umgesetzt wurden. Offline-Web-Apps sind genau genommen ein Widerspruch in sich. Denn Web wird assoziiert mit Online und hier ist also die Rede von Offline-Online-Apps. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man entweder zwangsweise im Flieger auf den Internetzugang verzichten muss, aber dennoch mit Apps auf dem Smartphone-Tablet arbeiten möchte. Oder die Verbindung ist unsicher, Tunnelfahrt oder Sie haben ein Edge-Mobilfunknetz nur verfügbar und Sie wollen trotzdem mit Ihrer App arbeiten. Sobald Sie wieder online sind, müssen Sie sich aktualisieren, beziehungsweise die Daten, die in dieser Offline-Sitzung entstanden sind, müssen abgeglichen werden mit den Daten auf dem Server. HTML5 bietet mehrere Optionen, Daten zu speichern, lokal auf dem mobilen Endgerät. Aber auch die Anwendung an sich, die App, den Quellcode, können wir zwischenspeichern. Das nennt sich Application Caching und erlaubt dann das Offline-Browsen. Es hat andere Vorteile. Da Sie den Business-Code, die Geschäftslogik und das User-Interface bereits lokal verfügbar haben, können Sie ohne Netzverbindung Ihre App starten. Und sie verhält sich, ja, elastisch, Resilience, elastisch wie eine Desktop-App, weil keine zeitintensiven Zugriffe über das Netz erfolgen müssen. Es gibt natürlich althergebrachte Caching-Optionen, der Browser cached beispielsweise. Aber darüber hat der App-Entwickler keine Kontrolle. Ja, Sie können nicht dezidiert Daten in den Browser-Cache einlagern oder einzelne Daten dort auslesen. Anders mit dem Cache-Manifest, einer Datei, die auf .manifest endet und in der niedergelegt ist, bestimmt ist vom Entwickler, welche Ressourcen, HTML, CSS, JavaScript-Dateien, Bilder und ähnlichen lokal verfügbar gehalten werden sollen nach einem initialen Download. Wie gesagt, werden wir uns all die Optionen in späteren Videos live in einer Asnova-Session anschauen. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, client-seitig Daten, also User-Daten oder Ressourcen, die der User gerne lokal verfügbar haben möchte, zu speichern. Hier unterscheiden wir zum einen die Möglichkeit über HTTP-Cookies, das ist althergebracht, kleinere Daten vorrätig zu halten, die auch als HTTP-Transfer, das heißt es ist ein Eintrag im Header der HTTP-Nachricht, zwischen Server und Browser hin und her bewegt werden. Diese sogenannten Cookies sind nach RFC-2109 in der Anzahl beschränkt und vor allem in der Datengröße 4K-Byte für einen Cookie. Alle Browser sollten mindestens 20 solcher Cookies vorrätig halten können. Wenn wir mit einem HTML5-Feature arbeiten, so ist es entweder ein Objekt, ein Attribut des Windows-Objekts, Session Storage oder Local Storage. Der Unterschied liegt in der Gültigkeit und Dauer der Persistenz der Daten. Session Storage, wie der Name suggeriert, ist, solange der Browser läuft, solange das Fenster nicht gewechselt wird und solange es keinen Page-Reload gibt, der Kontext der Sitzung. Die Daten, die im Session Storage gespeichert sind, sind für die Dauer einer Sitzung verfügbar. Anders Local Storage, das auch über die Laufzeit des Browsers, also bei Abschalten des Browsers, verfügbar ist, da die Daten nicht im DOM gehalten werden, sondern auf der Festplatte, auf dem Speichermedium des lokalen Endgeräts. Das sind die Optionen, die Sie an der Schnittstelle von Session und Local Storage-Objekten nach W3C zur Verfügung haben. Sie können die Länge, das sind immer Schlüssel-Werte-Paare, abfragen. Sie können einzelne Paare setzen und natürlich wieder abfragen, entfernen. Sie können den Schlüssel abfragen zu einem bestimmten Index von Local bzw. Session Storage. Und Sie können ihn natürlich bewusst löschen, den Storage. Sie sehen, diese Möglichkeiten haben Sie nicht bezüglich Browser-Caching oder HTTP-Cookies. Die Key-Value-Paare müssen Strings sein, aber Sie kennen das ja schon aus der Einheit über JSON. Das JSON-Objekt verfügt über zwei Methoden, um aus einem JavaScript-Objekt eine Zeichenkette zu erstellen, Stringify bzw. umgekehrt ein in String niedergelegtes JSON-Objekt, serialisiertes JSON-Objekt kann restauriert werden mit JSON.parse. Zu bedenken ist, dass bei diesen beiden Optionen der Client-seitigen Speicherung die Same-Origin-Policy für JavaScript gilt. Das heißt, in der Manifest-Datei, in den Lokalen und Sitzungsspeichern, dürfen nur JavaScript-Funktionen zugreifen, die aus der Ursprungsdomäne stammen, aus der Seite, die initial aufgerufen wurde. Eine weit mächtigere Möglichkeit der strukturierten Speicherung bieten SQL- und NoSQL-Databases. W3C hatte zu Beginn hier eine SQLite-bezogene WebSQL-Datenbank vorgesehen. Alle WebKit-Browser, also Browser, die die WebKit-Engine nutzen, wie Safari, Chrome oder der neuere Opera, verstehen also diese Art der Speicherung. Eine umfängliche SQL-Datenbank. Andere, wie Mozilla Firefox, also die Gecko-Engine und auch Internet-Explorer, sind diesen Weg nicht gegangen, sondern unterstützen Index.db vom W3C. Index.db ist eine NoSQL-Datenbank. Da dies aber noch kein etablierter Standard ist, haben wir, zumindest in Asnova, die Couch-DB hierfür verwendet, aus der Apache Foundation-Projektfamilie. NoSQL, No steht für Not Only, aber eigentlich war es plakativ für Nein. Wir wollen die über 40 Jahre bekannten SQL-Datenbanken nicht im Web-Bereich verwenden, ist schimmerfrei. Dokumentenbasiert, also nicht tabellenbasiert. Und alle Dokumente sind im JSON-Format niedergelegt. Und diese Datenbank, die Apache Couch-DB, ist ein Beispiel par excellence für eine RESTful HTTP-API, hinter der dann die persistente Datenhaltung implementiert wurde. Sie müssen also auf einer Couch-DB nicht mit SQL abfragen, select where Klauseln, sondern befragen den Dokumentenbestand und aggregieren oder bearbeiten diese in einer gewünschten Form und lassen sich reduziert einzelne Dokumente zurückgeben. Hier tätigen die NoSQL-Datenbanken Anleihen aus dem Google-Programmierstil von MapReduced, was aus funktionalen Sprachen her bekannt ist. Wir werden uns die verschiedenen Speicheroptionen an Asnova im Browser im Developer-Tool von Chrome genau anschauen. Hier das Beispiel für den Application Cache. Und dann aber live anschauen, wie Session oder Local Storage-Daten in einem User-Szenario anfallen und gespeichert werden. Und jede Applikation heutiger Prägung hat eine Datenhaltung auf dem Server. Wie die mit Asnova realisiert worden ist, schauen wir uns an dem Beispiel Couch-DB an.